Hi, mein Name ist Sarah Bregada und ich bin ein Vocal Coach. Wenn du dich interessierst für Videos rund um die Themen Stimme und Gesang, dann abonniere doch diesen Kanal. Ja, seit gestern kennen wir den Gewinner bzw. die Gewinnerin von The Voice of Germany 2020. Es ist Paula. An dieser Stelle ganz herzlicher Glückwunsch. Paula ist ja aus der Schweiz, wie ich auch. Und es freut mich besonders, dass eine junge, frische, talentierte Frau gewonnen hat. Und ich bin wahrscheinlich wie ihr alle sehr gespannt, wo sie ihr musikalischer Weg hintragen wird. Und ich wünsche ihr ganz viel Erfolg und hoffentlich kann sie so einen Sieg nutzen, vielleicht besser nutzen als ihre Kolleginnen und Kollegen vor ihr. Und vielleicht kann das sogar der Start sein einer großen Karriere. Wer weiß. Aber heute widmen wir uns mal ihre Performance von STRONG und ich würde sagen, wir hören gleich mal rein. Musik Ich finde London Grammar passt wunderbar zu Paula. Also die Stimme von Hannah, von der Sängerin, die ist ziemlich ähnlich. Die ählen sich sehr. Ich würde sagen, so im... Gut, das ist natürlich auch viel Post-Production und so. Aber der Sound von London Grammar ist sehr groß und wuchtig. Es hat auch sehr viel Hall auf der Stimme. Also ihr könnt gerne mal das Original hören. Und das passt. Also der Einstieg, denke ich, passt wunderbar, weil Paula hat auch so diese volle, kräftige Stimme jetzt gerade hier, diese dunkle Klangfarbe. Vielleicht wäre es cool gewesen, wenn man auch hier noch mehr Hall draufgelegt hätte. Auf der anderen Seite, weiß ich halt nicht, live... Ja, das hätte man ausprobieren müssen. Aber das wäre vielleicht cool gewesen, das sogar noch größer, noch wuchtiger zu machen. Ich meine, es ist das Finale einer Show. Also für mich, also ich bin auch sehr zufrieden mit simpelen Sachen und so, aber für mich hätte man das sogar noch wuchtiger gestalten können. Musik Das finde ich allgemein sehr, sehr schön an diesem Teil im Song, dass das so legato ist, so schön gebunden und die Stimme so viel Raum hat. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist cool. Diese Bendings, diese Bands are wrong. Das ist sehr cool. Das ist etwas, was mir sowieso auch immer gefällt. Einfach der Stimme ganz viel Raum geben. Lange auf die Noten bleiben. Eigentlich die Stimme auch ein bisschen mehr wie ein Instrument nutzen. Musik Es ist schön, dass sie da ein bisschen Power reinlegt. Gerade fällt mir ein, manchmal lese ich so in den Kommentaren und so, lese ich, dass Leute Paula mit Billie Eilish vergleichen. Und ich denke dann immer, also wo kommt dieser Vergleich her, weil die beiden klingen überhaupt nicht ähnlich. Also in einem Punkt haben sie was, was sie beide nutzen, nämlich viel Luft auf der Stimme. Aber Billie ist in ganz anderen Lautstärkenbereichen auch. Das ist viel, viel leiser. Und Billie geht fast nie in diesen Sound ohne Luft oder in diesen kräftigen, bisschen metallischeren Sound rein, den zum Beispiel Paula jetzt hier hat. Und ja, das finde ich manchmal lustig. Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Zwei junge Frauen und dann haben wir das Gefühl, okay, die müssen gleich klingen oder das ist ein bisschen Luft. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass Leute ganz genau hinhören und nicht zwei Stimmen oder zwei Personen in eine Schublade stecken, die so gar nichts miteinander zu tun haben. Musik Das ist total cool mit den Bläsern hier. Das gefällt mir ganz gut im Arrangement. Ja, das gibt eine ganz spezielle Note. Weil ansonsten ist ihre Performance natürlich schon relativ nah am Original. Also so viel, so krass viel Innovation ist jetzt hier nicht dabei. Braucht es aber auch nicht. Ich glaube, es gibt zwei Wege, die funktionieren einfach immer sehr, sehr gut. Der eine Weg ist, man nimmt einen Song oder einen Künstler, der ganz, ganz weit von einem entfernt ist oder von der Version, die man macht, und macht etwas komplett Neues raus und überrascht die Hörer. Oder man nimmt etwas, das wirklich nah an einem ist. Und ich muss schon sagen, ich habe London Grammar auch schon live gehört, eben die Paula und die Henna, die haben schon ziemlich die gleiche Stimme, Klangfarbe. Bei Henna noch ein bisschen dunkler als bei Paula. Gut, sie ist auch älter, unwesentlich zwar, aber trotzdem macht es schon ein bisschen was aus. Aber ansonsten ist es sehr nah beieinander und darum funktioniert es so. Also wenn ein Song für eine Stimme, eine Klangfarbe gut funktioniert, wird er, auch wenn eine andere Sängerin das singt, aber sie eh nicht klingt, wird es genauso gut funktionieren. Sehr klar. Ja. Du bist so strong, you might speak so long, you might speak so long, you've never been so right. Excuse me for a while, but I'm wide eyed and I'm so down cut, and let me do. Das mag ich immer, wenn ein Sänger auch mutig ist und am Schluss mal nicht versucht, noch mal einen raufzusetzen, sondern auch die Stimme zurücknehmen. Sie hat auch ein bisschen einen Creaking, das habt ihr vielleicht gehört, dieses Bröckelige in der Stimme. Ja, also ich finde, das war eine ganz, ganz, ganz stimmige Performance. Wie gesagt, nah an dem, was Hannah macht, aber hey, wenn es funktioniert, funktioniert es. Wieso das Rad neu erfinden, wenn alles schon läuft? Ja, schön. Also spannend. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht mit der Paula. Und ja, wenn dir dieses Video gefallen hat und du gerne mehr davon sehen möchtest, dann lass mir doch gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns ganz bald im nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020